willst du mit mir ins paradies pikachu sind es nicht so irgendwas in china und so eine alte stadt pikachu 333 haben wir doch irgendwas kassius keilerei aber doch meine schule gelernt auf in den kampf torero siegesbewusst klappert ihr gebrust kannst du dich an das allererste spiel erinnern ja das erste war irgendwas mit mit jürgen mit hatte ich so eine rüstung oder irgend so was bin ich mit der buch kann das sein das hätte er nee 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 das erste war mit mit dem auto wo ich da überall ja 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 wo ich mich selber selber in die luft gesprengt habe genau online was ist der unterschied dazwischen jetzt kommt die knöpfe vorne mit den zeigefingern zum einsatz ja sag mal bin ich denn heute zudem ich auto zu fahren 2000 jahre später das ist aber nicht ich hab's geschafft dann rufe wo liegt denn nun wieder hin das ist man heute hier nur krass ich wollte einsteigen und nicht da oben drauf klettern achse das ist ja vielleicht hier und wie komme ich jetzt rein Ich hab den Knopf gefunden. Und du? Du kannst zurückschlagen. Mit was schlage ich du zurück? Ich will doch zurückschlagen. Das geht hier nicht. Alle Knöppe hier. Jo Leute, das Video, was ihr gerade gesehen habt, war kein Hate gegen den Kanal. Ich find einfach nur den Kommentar richtig cool. Also lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und ciao.